Ich glaube wir müssen hier entlang Wir müssen ja die Kerze wegbringen Das muss doch irgendwo der Valve sein Das stört uns nicht Eins von vier Kerzen geholt Jetzt nur noch die anderen finden Was nicht unbedingt einfacher wird Okay Mach mal nicht Eine Kerze abgelegt Auf zur nächsten Und es wird ein bisschen Hin und her gelaufen geben Lässt sich nicht vermeiden Obwohl ich die eine Kerze nicht nochmal hin tun muss 21 Ah Gott Okay da den X noch hier möchte Ach okay Solange du nicht rummeckerst Wolf Stimmt Ähm da Schön ins Menü Und wieder die Luft Ja voll im Stress Und ja voll die laute Soundpulisse Oh oh Nein Weiteres Loch Nein Ich noch eins Komm schon bloß Du schaffst das Ich glaube an dich Okay Das bringt nichts Wir müssen es einmal reparieren Aber so sterben wir zumindest nicht Aber so sterben wir zumindest nicht Ja super Bin ich wieder hier Bringt mir das was Oder Hätte ich irgendwie versuchen sollen Eine Abfragung zu nehmen Die ich nehmen wollte Nur nicht konnte Schauen wir uns mal um Ich glaube da hoch kommen wir nicht Ne Alles kann ich erst versuchen Und Ja gut Einmal im Kreis gefahren Weiß ich Bescheid Weiß nicht Ich glaube ich muss immer wieder Ja Ein Hebel ziehen Damit ich Auch den Aufzug Zum Laufen kriege Gute ist Wir können jetzt einmal kurz hier rein Was haben wir denn hier Etwas zum Reparieren von Flüssen Ja und wir uns ein neues Reparaturkit holen Und dann uns wieder direkt auf den Weg machen Moment mal Ich muss doch da Wasser War schon richtig wo ich war Verdammt Was hängt an Leute Ich verlier die Orientierung Ich muss nur die Orientierung Jedes Mal Jedes Mal Aber gut So schlimm ist das nicht Hast du da was für mich ignoriert Ihr habt das total Wir haben ja zum Glück dort aufgehört Direkt nachdem wir die erste Kerze abgegeben haben Von daher haben wir uns jetzt eigentlich nur die eine Rundenfahrt übersprungen Die ich sowieso nicht machen wollte Von daher können wir jetzt schauen woanders lang zu fahren Ja macht nichts Das habe ich zwar eigentlich gar nicht berührt Aber okay Jetzt haben wir eine Abbezeugung genommen Ja ist das jetzt ein neuer Weg Boah Mann Erstmal äh reparieren Jetzt nutze ich mich zuerst hier rechts lang Oh Gott War direkt gut Habe ich hier beinah runter gefallen Das wäre weniger gut gewesen Ja schön ruhig hier Schön ruhig hier An die ich nicht dran komme An die ich nicht dran komme Willst du mich ärgern? Wieso komme ich nicht an die Kerze Wieso komme ich nicht an die Kerze Bin ich voll gemein Und die 22 Schade Auch meine beeindruckende Peitsche hat nichts ausgewirkt Wir kommen hier später nochmal hin Aber war ich so froh Dass wir jetzt eigentlich eine neue Kerze kriegen Ich habe hier etwas übersehen aber es sollte nicht sein Mhm Wir gehen nochmal an Land Äh Danke Was lang gedauert die Animation Aha So kommen wir an die Kerze Das ergibt jetzt Sinn Ich bin doch Dann machen sie Weg Was machen das denn auf? Machen das denn auf? Da ist überhaupt nicht Das gehört Was macht das denn die Beschmerzen? Was macht das? Ich hab ein paar Das gehört Was macht das denn die Kerze? Aha So, jetzt aber Kerzen mitnehmen Zieh sich einer das an Noch eine Kerze Oh Ich muss keinen Fehltritt erlauben So Los Auf Los geht's los Und Abmarsch Oh Jetzt sind wir wieder hier Das ist gut Das heißt ich kenne mich jetzt wieder aus So 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 Zwei von vier haben wir Einmal am Hebel ziehen und wieder mit dem Aufzug hoch Wenn der Wolf mir jetzt einmal dumm kommt überwaffnet Ich hätte bloß nicht meine Waffe wegstecken sollen Vielleicht wäre das besser gewesen Nächste Kerze Rote Kerze Passt Passt Sitz und hat Luft Und ich speichere noch einmal Mit diesen schönen Bildern im Hintergrund Indy 23 So und sage dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen bei Indiana Jones und der Turm von Babbel Tschüss